Wir wollen uns heute zusammen ansehen, wie man sehr einfach eine Karte erstellen kann, auf der ein paar Marker drin drauf sind, wo man einfach wichtige Orte, die ein bestimmtes Thema betreffen, darstellen kann. Ich bin schon hier auf umap.openstreetmap.de. Das ist das Tool, was wir benutzen werden. Man kann sich hier auch so ein bisschen umschauen. Es gibt hier ein paar Beispielkarten, die schon ein bisschen zeigen, wo es hingehen kann. Wirklich teilweise sehr komplette, komplexe Sachen. Wir können hier mal draufklicken und uns in dieser Karte bewegen. Also es sind Bereiche gekennzeichnet und ja, auch ein paar Marker mit Beschreibungen hinterlegt. Und wir wollen das ein bisschen einfacher machen. Was wir machen wollen, sind, wir haben gerade das Problem, dass nicht alle Restaurants auch liefern, sondern einige zwar offen haben, aber eben nur zur Abholung. Und das Ganze wollen wir auf einer Karte visualisieren. Ich habe hier in einem Blog eine Liste gefunden, die ein paar Restaurants auflistet, bei denen man auch sein Essen abholen kann. Und was wir machen, ist, wir gehen auf umap.openstreetmap.de. Und es gibt hier die Möglichkeit, sich auch einzuloggen mit seinem Openstreetmap-Account. Damit kann man schneller auf seine eigenen Karten zugreifen und muss sich nicht die Adressen merken. Das Ganze kann man einfach hier über einloggen machen und bekommt dann hier die Möglichkeit, mit seinem Openstreetmap-Account sich anzumelden. Ich habe mich jetzt angemeldet und dann will Openstreetmap wissen, ob ich den Zugriff gewähre, dass UMAP auf meine Openstreetmap-Daten zugreifen kann. In dem Fall ist es einfach nur, dass mein Account hinterlegt ist. Das mache ich und zack, bin ich auf Openstreetmap eingeloggt und kann zum Beispiel auch meine vorher erstellten Karten mir ansehen. Wir wollen uns jetzt aber eine Karte erstellen und deswegen klicken wir hier oben rechts auf Erstelle eine Karte. Wir sind jetzt schon hier, sehen diese Karte, können der zum Beispiel auch schon einen Namen geben, zum Beispiel nennen wir das jetzt abholen in Ulm und schließen das Ganze, haben hier den Namen. Und was wir jetzt machen können, ist die Karte zu speichern. So, diese Karte wurde erstellt und kann jetzt ganz einfach von jedem unter dieser URL angezeigt werden. Nicht nur von mir, sondern sie ist einfach darunter gespeichert. So, jetzt wollen wir natürlich nach Ulm und können hier mal nach dem Ort suchen, klicken da drauf und zack, sind wir in der Stadt. So, jetzt gehen wir hier zurück auf diese Seite, wo wir unsere Informationen herholen und ich habe gesehen, bei irgendeinem steht hier schon eine Adresse da. Wenn wir sagen, hier, das kopieren wir uns, gehen in die Karte, suchen nochmal nach exakt diesem Ort und bekommen hier sogar schon dieses Restaurant vorgeschlagen und zentrieren dahin und können uns direkt auch an diese Stelle heranzoomen. Es gibt ansonsten natürlich auch einfach die Möglichkeit, dass wir hier das nochmal in die Suche eingeben und sehen hier auch diese Möglichkeit, diesen Ort als Favorit zu speichern. Das heißt, es wird direkt an diese Stelle schon ein Marker gesetzt. Das hilft uns weiter, wenn es Orte sind, die in OpenStreetMap schon unter der Adresse so eingetragen sind. Das nutzen wir jetzt. Das Schöne ist, wir haben hier auch direkt schon im Titel diesen Namen stehen und wenn wir das Ganze speichern, dann ist es jetzt für alle sichtbar. Wir können das mal machen. Wir können uns diese URL nehmen und mal vorgaukeln, dass wir ein anderer Nutzer sind, indem wir einen privaten Browser-Tab aufmachen und öffnen einfach diese URL und sehen hier, aha, da gibt es drei Kannen als Ort. Das ist schon mal ganz nett. Das Erste, was jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Karte relativ weit rausgezoomt ist und da wir uns hier auf diese Stadt konzentrieren wollen, wäre es ja schön, wenn wir zum Beispiel diesen Ausschnitt festlegen. Und dann gibt es hier diesen Button und mit dem kann ich die aktuelle Position und Zoom-Stufe speichern, sodass die beim Aufruf als Ausgangs-Zoom-Stufe und Ausschnitt benutzt wird. Klicke auf Speichern und jetzt können wir nochmal genau das Gleiche machen. Öffnen diese Seite quasi als neuer User und zack, ist das der Ausgangspunkt unserer Karte. So, jetzt ist dieser Marker hier ja schon aussichtsvoll, da steht dran, was es ist, aber wir wollen den nochmal ein bisschen bearbeiten, weil wir zum Beispiel die Eigenschaften ändern und wie das Ganze aussieht. Unter Form-Eigenschaften kann ich hier mir eine Farbe raussuchen und zum Beispiel sagen, okay, es geht um Essen und Essen ist immer orange zum Beispiel, Gold in dem Fall und kann auch noch sagen, okay, ich will zum einen, dass es anders aussieht, also ich habe hier Möglichkeiten, das Aussehen zu ändern und außerdem in dieser Form ein Zeichen hinzuzufügen und hier gibt es zum Beispiel sowas wie Messer und Gabel, hoffe ich. Ja, genau da, zack und schon wird mir dieses Symbol angezeigt. So, jetzt kann ich das Ganze wieder speichern und wir suchen uns das nächste Restaurant heraus. Schauen wir mal, wer hier nicht nur liefert, sondern wer auch zur Abholung freigibt und siehe da, diese Pizzeria bietet auch zur Abholung an und wir öffnen mal deren Webseite und schauen, ob wir hier auch eine Adresse finden. Meistens ganz unten, genau da, die können wir uns einfach kopieren, gehen zurück in unsere Karte, benutzen die Suchfunktion, kopieren das hier rein und sehen auch hier schon diesen Vorschlag, klicken wieder auf den Stift, damit haben wir diesen Ort an genau der Stelle hinzugehen. Es kann natürlich sein, dass dieser Ort hier nicht erscheint in unserer Suche und nicht direkt hinzugefügt werden kann, deswegen zeige ich nochmal, wie man das manuell hinzufügt. Ich breche das ab, das hinzufügen und klicke hier wieder aufs Editieren und kann dann, habe ich hier, wenn ich auf, das sind die drei verschiedenen Geometrie-Typen, uns interessieren gerade nur diese Marker und kann den an diese Stelle setzen, habe hier dann wieder meinen Punkt, muss dann aber auch den Namen wieder per Hand eingeben. Ich hoffe, das stimmt soweit. Und kann dann hier wieder unter den Formeigenschaften das festlegen. Und hier möchte ich was zeigen, was man zum Beispiel machen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, Bildsymbole hinzuzufügen, die ein anderes Symbol sind als hier vorgeschlagen. Und zwar, wenn ich hier klicke, kann ich hier einfach ein Zeichen rein kopieren. Das kann jetzt einfach ein P wie Pizza sein, aber lustiger Trick, es gibt die Emojipedia und in der Emojipedia können wir zum Beispiel einfach das Emoji für Pizza suchen. Kriegen das Stück Pizza, kopieren uns genau diese Grafik und setzen anstatt des P für Pizza das Emoji für Pizza rein. Und zack, erscheint das hier auf der Karte, ist dann vielleicht eingängiger. Es macht Sinn, an dieser Stelle die Farbe auf was Helles zum Beispiel auf einen weißen Hintergrund zu setzen, so dass dieses Emoji in dem richtigen Glanz erscheint und man es auch als solches erkennen kann. Das Ganze können wir uns jetzt wieder speichern und es wird auf der Karte angezeigt. Wir können auch einfach schauen, wie das angezeigt wird, indem wir hier auf Bearbeiten deaktivieren gehen. Dann haben wir die Ansicht, die jemand bekommt, der keine Bearbeitungsrechte hat. Und mit dem Klick auf den Stift landen wir wieder im Bearbeitungsmodus. Was jetzt noch sehr interessant sein kann, ist eine Beschreibung hinzuzufügen. Wir haben jetzt zwar diese Information dazu, aber wir wollen zum Beispiel die Webseite verlinken und sagen, dass Lieferung und Abholung funktioniert. Also kopieren wir uns zum Beispiel die Webseite raus und geben hier in die Beschreibung das an und sagen, Lieferung und Abholung möglich. Vielleicht kopieren wir noch die Telefonnummer dazu. Da, zack. Und können uns das jetzt anzeigen. Anzeigen. Und das sieht dann so aus. Das ist im Prinzip das, was relativ hilfreich sein kann, um möglichst viele Marker auf eine Karte zu legen und Basisinformationen hinzuzufügen. Zum Thema Bearbeitung möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Und zwar ist es möglich, dass nicht nur ich an dieser Karte arbeite, sondern dass ich mehrere Menschen einlade, um gemeinsam an dieser Karte zu arbeiten. Das können entweder Menschen sein, die ich direkt auswähle und sage, hier, lieber Mitarbeiter, helf mir doch mit, diese Restaurants zusammenzutragen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, jeder kann sein eigenes Restaurant einfach auf diese Karte hinzufügen. Diese Einstellung mache ich über diesen Berechtigungsdialog. Momentan ist eingestellt, dass nur der Ersteller diese Karte bearbeiten kann. Das bin in dem Fall ich. Und ich kann sagen, dass diese Karte nur mir zur Verfügung steht oder Menschen, die die Berechtigung haben, das zu bearbeiten. Jeder, der diesen Link bekommt. Oder dass diese Karte öffentlich ist, so wie es per Default ist. Jeder kann sich das gerade ansehen. So, jetzt kann ich aber festlegen, wer das bearbeiten kann. Nur bestimmte Menschen können diese Karte bearbeiten. Ja, wie wird man Bearbeiter? Jeder mit einem Account kann ich hier eingeben und gewisse Leute hinzufügen. Hier in dem Fall, ich habe jetzt mal mich gewählt, das ist in dem Fall Quatsch, aber ich könnte alle Menschen, die auf dieser Plattform angemeldet sind, hier hinzufügen und die haben dann die Berechtigung. Ein bisschen vorsichtig muss man sein, wenn man anonym das angelegt hat, dann gibt es einfach einen geheimen Link, der benutzt wird. Den muss ich mir persönlich aber als Bearbeiter genauso gut merken. Der darf nicht verloren gehen, weil sonst kann ich diese Karte nicht mehr bearbeiten. Und was ich noch machen kann, ist, jeder kann diese Karte bearbeiten. Das heißt, jeder, der Zugang zu dieser Karte hat, sprich jeder, der diesen Link hat, kann diese Karte gemeinsam bearbeiten. Da muss man dann vielleicht ein bisschen drauf gucken, wer sich da denn so rumtreibt und wie viel Vandalismus es gibt. Aber wenn man gemeinsam daran arbeitet, ohne dass man sich anmelden kann und hinzugefügt werden kann, kann das manchmal sehr, sehr schnell zu einem Community-Effekt führen, dass sich Menschen einfach anschließen und anfangen, Dinge hinzuzufügen. Soweit zu UMIP. Wir können jetzt also gemeinsam eine Karte erstellen, wissen, wie wir Marker auf dieser Karte platzieren und wir wissen, wie wir eine Beschreibung und einen Titel hinzufügen und auch die Bearbeitung für andere freigeben können.